Okay, Geisterfahrer, du bist bereit für diese WSR-Saison. Los geht's! So, wir sind jetzt hier in der Werkstatt, in der Neuen. Die wurde erweitert. Man hat jetzt hier ein wenig die Pokale. Drei Pokale haben wir. Wir haben hier schon drei Seasons hinter uns. Das müssten die beiden sein, da sind noch die letzten beiden Seasons. So, dann haben wir hier eigentlich großartig Neues. Meine Fahrzeuge, kann ich hier noch angucken, aber brauchen wir nicht. Den Skyline habe ich immer noch stehen. Events. Wie schon gesagt, wir sind jetzt in der nächsten Season. Season 4. Wir können schon jetzt eine Fahrzeug-Challenge laden. Und ein Promo-Event. Wir nehmen schon mal das Promo-Event. Ok, überholen in Dubai. Und mit dem GT3. Will ich das gerade richtig sehen? Dubai, GT3, ja. Zwei Runden, wir schauen uns mal das an. Mercedes GT3. Ja, gut. Bisschen kleine Sache zwischendurch für mich. Äh, ich hab das Gefühl, Fraps... Na, ich muss anders anfangen. Ähm... Die Sache... Problem war die, dass sich Fraps ab und zu mal aufgehängt hat. Grid2 hat sich mal aufgehängt. Fraps hat sich... Hat mir schon ein paar Aufnahmen versaut. Und zwar ist es immer dann der Fall, wenn Fraps... ...ne ganze Zeit lang 0 Frames hat. Die Strecke ist zwar breit, aber es gibt kaum eine echte Gerade. Dann... Schalte Fraps einfach ab. Du hast jetzt Rennspeed. Mach dich startbereit. Wow. Wow. Unter dir. Du fliegst regelrecht. Wenn du weiter so schnell überholst, reicht es für den Sieg. Ich darf mich einfach nur nicht verrückt machen von dem ganzen Kamin hier. Dann geht das auch. Also ich bin jetzt relativ entspannt. Obwohl ich weiß, was das Überrennen ist. Soll ich sofort, extrem entspannt. Weil es gibt einfach Funke jetzt hier, wo man überholen kann und andere Sachen geht es einfach gar nicht. An diesen Stellen darf ich dann auch nicht versuchen zu holen. Wenn ich einfach auf Funke verzichte... Du hast einen guten Lauf. Bleib am Ball. Weil es hat einfach keinen Sinn, wenn man jetzt hier irgendwelche Punkte verschenkt, hohe Punktzahl verschenkt. Wenn man so schon 0 Punkte hat oder 0 Punkte hat, dann kann man auch mal eine Band verschieben oder mal Autoramp. Aber wenn man jetzt so um die 1000 fährt, wie ich jetzt gerade... Mein Gott, dann sollte man halt mal in zwei Gruppen aufpassen. Und nicht so wie ich das gerade gemacht habe. Was sollte das? Wow! Der Wagen ist eine Katastrophe! So, wie kriege ich den Wagen jetzt von der Wand weg? Guter Ausrufschleif. Das rechte Vorderrad ist platt. Versuch weitere Schäden zu vermeiden. Der Wagen zieht jetzt komplett nach rechts. Das war's jetzt. Gut, man sieht, leicht noch mal die Bande gestriffen und es ist Feierabend. Das hat ja gerade nicht vertragen, den Wagen auf die Seite zu legen. Neustart. Neustart. Geht schon wieder gut los. So. Jetzt geh ich mal ein bisschen vom Gas, weil eben war das eine Katastrophe, wo das Rennen gestartet ist. Ja! Man wird schön von den Fahrzeugen, die man holen soll, von der Strecke gedrängt. Super! Hier bist du noch nie gefahren. Lass es etwas ruhiger angehen, bis du den Kurs kennst. Na gut. Eigentlich wollte ich es ruhiger angehen lassen. Ich bin schon wieder getroffen worden. Jetzt zeig mal, wer hier der Chef ist. Zieh an ihm vorbei. Jetzt zeig mal, wer hier der Chef ist. Zieh an ihm vorbei. Das Problem ist, der Wagen ist extrem nervös auf der Hinterachse. Ja. Da bleiben wir lieber hinterher. Wahrscheinlich haben wir auch mal 200 Punkte. Wahrscheinlich haben wir gleich 800 Punkte. Oder mehr sogar, wenn man das überlegt. Weil beim nächsten Überholen baut sich das ja wieder auf. Ja. So. Oh! Da verengt. Und jetzt kommt die letzte Runde. Gut. Wird interessant. Irgendwie wusste ich das. So, hier brauchen wir nochmal stärker ab. Hier bleiben wir hinter dem blauen. So. Vorne geht es gleich wieder scharf links. Ne, den überhole ich nicht mehr. Jetzt könnte man Wolfen starten. Vielleicht gehen sogar zwei. Uh, das war eng. So. Und da vorne berühren sich schon wieder. So, jetzt können wir die beiden aufrufen. Oh, ein bisschen runter vom Gas, dass man hier nicht allzu schnell fährt. Ach, das ging doch. Ziel erfüllt. 40.200 Punkte. Gut gemacht. Dieser Erfolg wird sich schnell im Internet verbreiten. Weiter. Die über 13.000 war das doch gerade kein schlechtes Ergebnis. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ging ganz gut. Die Konkurrenz ist hart. Du musst alles geben, um vorn zu landen. Oh, Fahrzeug. Zeig uns, was Rennsport ist. Fahrzeug-Challenge sind drei Stück verfügbar. Wir können. Ah, eine Viper SRT, also eine SRT Viper GTS bekommen. Auf dem Red Bull Ring Südstrecke. Gut, versuchen wir es. Oh, lassen wir uns mal überraschen. Ja, ich bin relativ ruhig gerade. Mein kurzes Thema hatte ich ja schon erwähnt mit dem Traps. Plane deine Überholmanöver sorgfältig. Versuch vor den engen Kurven Plätze gut zu machen. So, 54 Sekunden. Dieses Auto neigt den Kurven zum Driften. Nutz das zu deinem Vorteil. Ja, ist eine Viper. Die geht mächtig quer. Warte auf, hier geht es echt rum. Du hast etwas zu früh gebremst. Naja, gut. Schaffen wir aber trotzdem, ganz locker. Ich hab's ja nicht so eilig gehabt. Das erste Mal glaube ich, dass ich das Auto komplett heilig lassen habe. Nicht einmal die Bande touchiert. Geht doch. Super, das Auto gehört uns. Ja, so einfach ist das, ne? So, aber nochmal kurz wegen Fraps. Fraps bricht bei mir zusammen, wenn's auf 0 Frames zusammenbricht. Über ne längere Zeitraum zu, äh, auf 0 Frames. Und dann bricht Fraps, Fraps einfach mal komplett ab. Ich weiß nicht wieso. Aber es passiert nicht jedes Mal. Es passiert ab und zu mal. Ich hab's jetzt bei Minecraft mal gesehen, dass es passiert. Minecraft bricht ein auf 0 Frames. Ich kann's eigentlich auch spielen. Mehr oder weniger. Versuch dein Glück mit deiner Fahrzeug-Challenge. Du hast nichts zu verlieren und könntest dir ein neues Auto für die Rennen holen. Aber wenn eine Zeit lang länger bei 0 Frames sind, dann macht das Spiel einfach, äh, macht Fraps einfach dicht. Und ich schätze mal, dass es auch so beim letzten Mal passiert ist. SL 65 AMG Mercedes können wir gewinnen. Im Akku-Ukutama-Gebirge. Ne, Okutama-Mitsu-Gebirge. Na gut, fahren wir da mal hin. Holen wir uns den nächsten GT, äh, holen wir uns den Mercedes GT. Von AMG. Jo, können wir machen. So. Das Problem halt mit Fraps ist wirklich, äh, Fraps ist wirklich das mit den 0 Frames. Und ich schätze mal, dass es auch jedes Mal dann passiert, dass er dann die Aufnahme abgebrochen hat. Achte in den Bergabpassagen auf die extremen Gefälle. Hier können selbst die besten Fahrer überrascht werden. So, 3 Minuten 42. Das ist etwas länger. Wow, damit hab ich gedacht, dass er früher um die Kurve kommt. Wollen wir mit dem Hintern rumkommen. Nicht gedacht, ob ich gerechnet, dass er so spät um die Kurve kommt. Oh, der verhält sich aber ganz schön dezent in den Kurven, muss man sagen. Aber man muss ihn wirklich schon zwingen. Ja, man muss ihn ganz schön zwingen. Ansonsten versucht er sich gleich wieder abzufangen. Wobei auch mal so länger drückt, ist auch nicht schlecht. Also es geht auf. Ansonsten, naja, eigenartiges Kurve halten. Damals war so, ich bin's halt nicht gewohnt. Wow, das bin ich gar nicht gewohnt. Brummkreisel. Wow. Ich will gerade wieder aufgefallen, dass ich nur durch die Kamera gucke. Ich gucke ganz selten in die Kamera. Ich gucke meistens unten, ob das Bild ist. Die Kamera hängt ja auf einem Monitor. Und, ja, ich gucke eigentlich genau auf das Bild unterhalb des Monikers. Und auch nebenbei auf die Aufnahme zu gucken. Also, ich nutze eigentlich immer diese Zeiten, wenn ich dann nicht konzentrieren muss, um mal auf den zweiten Monitor zu gucken. Läuft die Aufnahme, Autocity noch, riesige Aussteuerung im Ton. Und, ja, Aufnahme, welch ich meine, ist die Flaps. Flaps ist, wenn ich da hinschucke. So, jetzt hat er nicht rechts gelenkt. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wieso. Aber halt schon, irgendwie richtig Probleme zu haben. Bleib auf der Rennlinie. Du kannst ja diese Einschläge nicht leisten. Was zum Teufel macht mein Auto gerade? Es ist gerade, geradeaus gefahren. Obwohl ich rechts gelenkt habe. Es hat kein Gas mehr gegeben, obwohl ich die Taste nicht losgelassen habe. Bis ich dann gemerkt habe, oh, Schande, ich muss nochmal wieder Gas geben. Die Taste ist ja gedrückt. So, lass ich jetzt mal meine Erzählung über Kamera und so weiter mal sein. Dann könnte ich mich doch ein wenig mehr aufbrennen. So. So. Den letzten Dräher habe ich gerade nicht verstanden, aber egal. Ich war auf einer Geraden und er geht mit dem Heck als erstes. Also das Auto ist brei, wenn das weitergeht. Das Fahrverfahren dieses Auto habe ich noch nicht ganz kapiert. Mal lenkt es mit dem Heck. Mal kriege ich es gut in die Kurve. Also egal, ob mit der Bremse, Handbremse oder mit dem Gas. Jetzt zum Beispiel. Mal kriege ich es. Wahrscheinlich ist der Turbolader einweg zu fügt zu haben. Also fängt es zu gut an zu pfeifen. Eigentlich müsste ich diese Stücke hier erst rein drauf fahren. Weil die sind wir schon so oft gefahren hier. So, hier tragen wir den Wagen um die Kurve. Mehr oder weniger. Jetzt wird man ja alles ran zu dürfen. Oh, wir haben noch eine Ewigkeit vor uns. Ich sehe gerade. Ach, die Bergabpassage. Oh, ohne mal den Wagen auf die Seite zu legen. Das drückt Strecke. Gut, zu weit rausgeparken mit dem Wagen. Ich glaube nicht, dass wir das noch packen, Alter. 42 Sekunden, nee. So, mal gucken, wie er auf jeden Fall zu Ende ankommt. Ich kann jetzt den Wagen nicht vorher zerlegen. Also, ich will ins Ziel kommen. Weil ich möchte jetzt gerne mal sehen, wie der aussieht. Wow! Ist das noch ein Mercedes? So sieht er übrigens aus, wenn er neu ist. So, wir machen einen Neustart. Neustart. Go! Die Voraussetzungen sind heute perfekt für dich. Schnapp dir den Sieg. Das nenne ich mal ein richtig kaputtes Auto. Nein, nein. Das richtig kaputte Auto siehst du unten erst im Ziel. Mal schauen, ob ich jetzt auf diesem Fallstück rausfinde, wie das Auto eigentlich richtig reagiert. Das eine Mal habe ich ihn hier nicht rechtskurven-technisch gekriegt. Ah, jetzt weiß ich nicht, wieso ich die Kontrolle über den Wagen nicht schnell verloren habe. Aber da sind Bodenwellen. Wenn er da abhebt, einer von der Bodenwelle. Dann war es das für das Auto. Dann geht die Hinterachse sowas von weg. Das war wahrscheinlich auch der einmal der Grund, wieso ich keinen Vortrieb hatte. Wahrscheinlich, weil ich mit dem Hintern in der Luft war. Ich habe hier gut durch die Kurve gekommen. Jetzt habe ich hier gut durch die Kurve gekommen. Dann bin ich wahrscheinlich immer noch langsam. Das ist auch mal was Neues. Also ich bin schon oft genug da in der Banne langgefahren. Es gibt da so ein paar Kurven, die habe ich noch nie schnell nehmen können. Schaffe ich ihn nicht in 42 Sekunden. So, wir waren jetzt ein bisschen heiler als vorher. Aber sie verfehlt. Ich bin effektiv zu langsam auf der Strecke. Macht nichts, Junge. Es gibt noch andere. Gut, weiter. Erst einmal. Weil ich möchte jetzt hier erstmal eine Aufnahmepäusche machen. Aufnahmepäusche sind das schon wieder. Folgepäuschen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge gleich wieder. Und fahren aber schon... Wirf einen Blick auf deinen Rennkalender. Wir brauchen ein paar gute Ergebnisse. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und ich sage Tschüss.